Mein Name ist Markus Scholz, ich bin seit Juni 2017 hier im Porsche Zentrum Recklinghausen und bin Neu- und Gebrauchtwagenverkaufsberater. Kurz zu mir, ich habe den Weg zur Marke Porsche über einen guten Freund von mir gefunden, der sich seinerzeit seinen ersten Porsche gekauft hat und mir die Möglichkeit gegeben hat, das Auto zu erfahren und nach dieser kurzen Probefahrt ist es mir ergangen wie vielen unserer Kunden. Ich war vollauf begeistert. Die Marke Porsche bedeutet für mich, dass wir die perfekte Kombination aus Sportlichkeit und Premium-Markenerlebnis jeden Tag selber spüren und diese an unsere Kunden herantragen. Es emotionalisiert mich immer wieder, wenn ich die Fahrzeuge fahre und sehe. An meinem Job begeistert mich immer wieder zu sehen, wie emotionalisierend die Marke auf unsere Kunden wirkt und das schönste Erlebnis ist zu sehen, wie unsere Kunden das Porsche Zentrum in ihrem neuen Porsche glücklich und zufrieden verlassen. Ein außergewöhnliches Erlebnis für mich war im Porsche Zentrum, als ich meine beiden aktuell jüngsten Kunden hier im Porsche Zentrum kennenlernen durfte, die überhaupt nicht über den Porsche 911 auf die Marke Porsche aufmerksam geworden sind, der ja sonst als Initialzünder gilt, sondern über den ersten vollelektrischen Porsche, den Porsche Taycan. Beide haben sich seinerzeit einen Porsche Taycan Turbo S zugelegt und wir haben hier eine wunderschöne Fahrzeugübergabe mit der gesamten Familie von beiden Fahrzeugen durchgeführt.